Hallo, heute zeige ich euch wie ihr mit einer Zahnbürste um euren Finger kreisen könnt. Ihr streckt dazu euren Zeigefinger aus und legt die Zahnbürste so drauf. Dann lasst ihr die Zahnbürste los und sobald sie unten ist, fangt ihr an Kreiselbewegungen zu machen. Und das schnell. Das sieht dann so aus. Das war's auch schon.